Schönen guten Abend genannt, ich sitze hier in Mocha de Agua, das schönste Lokal von Zürich, wo ich mir vorhin sage, ich erinnere mich vom Dieter Maier. Ich sitze hier mit Sophie Maier, der Tochter, und sie hat gesagt, das Trinken kommt mal etwas anderes als Malbec. Und ich wollte wissen wieso. Wir hatten früher immer am Sonntag das Nachtessen bei uns zuhause. Und es war immer so, wir hatten ein Jumby als Apero, aber es war halt sein Jumby, sondern es war immer ein Jumby. Und er hat wie gefunden, hey, ich möchte doch eigentlich, wir sind in ein Familienhaus, wir trinken, wir sind im Malbec. Etwas Eigenes zu machen, oder? Etwas Eigenes zu machen, genau. Und deswegen, so schöner ist es, dass wir jetzt auf der Abend dort trinken, oder? Das ist fantastisch, weil viele kennen das nicht, es gibt auch nicht so wahnsinnig viel davon. Und es schmeckt irgendwie wie ein Champagner, wir haben natürlich die Charakteristik von Argentinien, wir haben Torontes, wir haben Pedro Chimenez und Genet Blanc. Und das hat den Frischen, es hat Körper, es ist auf den Heaven ausgebaut. Und es kostet den Preis, wir gewinnen guten Gaben, viel, viel günstiger als Champagner. Und sicher etwas, was ich im Sommer für jetzt am Ego-Trick. Salud! Salud!